Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, vielleicht stehst du an einem Scheideweg, an dem du dich zwischen zwei verschiedenen Herangehensweisen an eine Situation entscheiden musst. Der vertraute alte Weg kollidiert mit der Verlockung des Neuen. Nimm dir die Zeit, beide Optionen abzuwägen und vertraue auf deine Intuition, damit du die beste Entscheidung für dich triffst. Lass dich nicht von auffälligen Ablenkungen oder dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ablenken. Nimm auch nicht an, dass das Festhalten an alten Wegen immer die beste Wahl ist. Erlaube deiner inneren Weisheit, dich auf den Weg zu führen, der mit deinem authentischen Selbst übereinstimmt. Die derzeitige Ausrichtung der Planeten begünstigt dich und schafft eine Atmosphäre geheimnisvoll dampfiger Energie. Sei jedoch vorsichtig, worauf du deinen Fokus in dieser Zeit richtest, denn deine Wünsche könnten unklar sein. Schau in dich hinein und achte auf die Botschaften, die dir dein Körper sendet. Dein Körper verrät dir oft, was er braucht, wenn du bereit bist zuzuhören. Stimmt euch auf euren Körper ein, indem ihr mindestens dreimal pro Woche regelmäßig Sport treibt und euch erlaubt, mit eurem Körper in Kontakt zu treten und Klarheit zu gewinnen. Wenn du heute andere absichtlich provozierst, kann das zu heftigen Vergeltungsmaßnahmen führen. Überlege es dir gut, bevor du dich auf Konflikte mit Menschen einlässt, denen du in deinem Arbeitsalltag begegnest. Die langfristigen Folgen solcher Konfrontationen könnten sich negativ auf deine Beziehungen und dein allgemeines Wohlbefinden auswirken. Ziehe Harmonie dem Unfrieden vor und strebe stattdessen friedliche Lösungen an. Die Ausrichtung der Planeten deutet darauf hin, dass du, wenn du heute Abend die Gelegenheit zu einem Date hast, unsicher sein könntest, was die Art der Verbindung angeht. Während du wahrscheinlich eine wunderbare Zeit mit romantischen Gästen und einer schönen Atmosphäre haben wirst, könntest du Schwierigkeiten haben, herauszufinden, ob die Beziehung auf eine tiefere Bindung zusteuert oder eine süße Freundschaft bleibt. Erlaube der Erfahrung, sich natürlich zu entfalten und vertraue darauf, dass zu gegebener Zeit Klarheit herrschen wird. Die Himmelsausrichtung deutet auf eine merkwürdige Situation hin, die dich zunächst wütend und frustriert macht und dich entrüstet zurücklässt. Unter der Oberfläche dieses ärgerlichen Umstands liegt jedoch eine wertvolle Lektion, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Nimm diese unerwartete Prüfung als Chance für persönliches Wachstum und Selbstreflexion wahr. Im Laufe des Tages wirst du nach und nach verborgene Stärken in dir entdecken, die deine Widerstandsfähigkeit und emotionale Reife fördern. Letztendlich wird diese herausfordernde Erfahrung als Katalysator für Veränderungen dienen und dich mit mehr Weisheit und einem tieferen Verständnis für dich selbst ausstatten. Nimm das Positive, das sich aus den Widrigkeiten ergibt, an und gehe aus den heutigen Erfahrungen als eine stärkere und weisere Version von dir selbst hervor. Heute Nachmittag stehen sich Mars und Saturn gegenüber und machen deutlich, dass wir handeln müssen, um unsere tiefsten emotionalen Wunden zu heilen und Beziehungen zu reparieren. Diese Konstellation lädt uns dazu ein, Verletzungen der letzten Zeit zu untersuchen und nach Wegen zu suchen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Themen, die mit Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu tun haben, könnten in den Fokus rücken, was zu Reizbarkeit und einem Widerwillen, effektiv zu kommunizieren, führen kann. Es ist ganz natürlich, dass du den Wunsch verspürst, dich aus schwierigen Situationen zurückzuziehen und dich auf deine Selbstfürsorge zu konzentrieren. Nimm die Lektionen an, die dir präsentiert werden, und gehe aus den heutigen Erfahrungen mit neuer Stärke und Weisheit hervor. Erinnere dich daran, dass Herausforderungen Chancen für Wachstum und Transformation sind. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Zehn der Stäbe steht für Lasten, Überforderung und ein hohes Arbeitspensum. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht eine große Menge an Verantwortung trägst oder dich von den Anforderungen, die an dich gestellt werden, erdrückt fühlst. Sie steht für eine Zeit des Stresses, der Erschöpfung und der Notwendigkeit, ein Gleichgewicht bei der Bewältigung deiner Verpflichtungen zu finden. Die Zehn der Stäbe ermutigt dich, deine aktuellen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zu überprüfen. Sie erinnert dich daran, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und Aufgaben zu delegieren, wenn es nötig ist. Diese Karte fordert dich auf, dir Unterstützung zu suchen und effiziente Wege zu finden, um dein Arbeitspensum zu bewältigen und ein Burnout zu vermeiden. Neben der Zehn der Stäbe haben wir die drei der Schwerter. Diese Karte steht für Herzschmerz, emotionalen Schmerz und Kummer. Sie steht für eine Zeit des Kummers, des Verlusts oder der Enttäuschung. Die drei der Schwerter erinnert dich daran, dass die Heilung von emotionalen Wunden Zeit und Selbstmitgefühl braucht. Die drei der Schwerter lädt dich dazu ein, deine Gefühle in einer schwierigen Situation anzuerkennen und zu verarbeiten. Sie steht für eine Zeit der Akzeptanz und des Loslassens, in der du dich heilen und vorwärts bewegen kannst. Diese Karte erinnert dich daran, dass Liebeskummer ein natürlicher Teil des Lebens ist und das durch Heilung, Wachstum und Erneuerung stattfinden können. Die Zehn der Stäbe und die drei der Schwerter bilden zusammen eine herausfordernde Kombination für diesen Tag. Die Zehn der Stäbe macht auf Belastungen und Überforderung aufmerksam, während die drei der Schwerter die Aufmerksamkeit auf emotionalen Schmerz und Heilung lenkt. Heute solltest du dich mit der Energie der Stabszehn auseinandersetzen, indem du deine Verantwortlichkeiten bewertest und nach Möglichkeiten suchst, deine Last zu verringern. Priorisiere deine Selbstfürsorge und suche dir Unterstützung, um ein Burnout zu verhindern. Delegiere Aufgaben, wenn möglich, und finde ein Gleichgewicht, das es dir ermöglicht, deine Verpflichtungen zu erfüllen, ohne dein Wohlbefinden zu opfern. Gleichzeitig kannst du die Energie der drei der Schwerter nutzen, indem du dir deinen emotionalen Schmerz oder deine Trauer eingestehst. Erlaube dir, zu trauern und deine Gefühle zu verarbeiten. Suche Trost im Selbstmitgefühl und unternimm die notwendigen Schritte zur Heilung und Erneuerung. Diese Deutung steht für einen Tag voller Belastungen, emotionalem Schmerz und dem Bedürfnis nach Selbstfürsorge und Heilung. Mache dir die Energie der Stabszahl 10 zu eigen, indem du deine Aufgaben mit Sorgfalt erledigst und dir Unterstützung suchst. Nutze die transformativen Qualitäten der drei der Schwerter, indem du deine Emotionen anerkennst und verarbeitest und dir erlaubst, zu heilen und zu wachsen. Denke daran, dein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen und ein Gleichgewicht bei der Bewältigung deiner Verpflichtungen zu finden. Sei geduldig mit dir selbst, wenn du emotionalen Schmerz bewältigst, und nimm dir die nötige Zeit für Heilung und Selbstfürsorge. Wenn du die Qualitäten der Stabs 10 und der drei der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit Widerstandsfähigkeit, Selbstmitgefühl und dem Potenzial zur Erneuerung meistern. Wohlbefinden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020